Die Menschen der westlichen Kultur denken immer, das ist jetzt sie wahrscheinlich jetzt auch, das finde ich richtig, was sie sagt, das finde ich falsch, was sie sagt. Entweder oder wird westlich gedacht. In den orientalischen Kulturen ist das anders, mal ist es richtig, mal ist es falsch. Die lügen nicht, sondern die haben eine andere Philosophie von falsch und richtig, weil wahrscheinlich in der Wüste mal alles anders war. Und in den fernöstlichen Kulturen gibt es diese Struktur. Im Gegensatz zu schwarz oder weiß ist bei dieser Struktur beide Hälften gleich groß. Und, das ist der entscheidendere Gedanke, dass beide Hälften gleich groß sind. Und noch wichtiger, der große schwarze Nachteil hat schon wieder einen kleinen Vorzug. Der große Vorzug hat schon wieder einen kleinen Nachteil. Die Welle drückt aus, dass das nicht statisch ist, sondern dauernd in Bewegung. Und der Kreis drückt auf, dass es überall gilt. Bei jedem Menschen, bei jeder Sache, bei jeder Methode, bei allem. Und das hat mir super geholfen, meine Art von Journalismus in der Tiefe zu verändern, immer wenn ich emotional in ein Loch lief. Ich bin jetzt 14 Uhr. Dann. Vielen Dank.